Hallo Glatzköpfe! Und da bin ich auch schon wieder bei Lucius, wo der Bildschirm endlich zu Ende geladen hat. Und es geht um 4. August 1972. Schwere Musik. Mann! Das hat lange gedauert. Aber ich dachte mir, ich will noch ein Video machen. Eigentlich wollte ich das hinten ran schieben, aber der Ladebildschirm war so lange, da hatte ich keine Lust mehr. Okay. Schwere Musik klingt nach... ...Mord durch das, was ich gelernt habe. Telekinesis? Ist das meine Schwester, die hier wohnt? Das Gewitter macht den Strom kaputt. Wie ungünstig. Ich hoffe, der Hausmeister kann dagegen was tun. Ist es nicht eigentlich total hirnbeschränkt, den Hausmeister zu töten? Ich mein... Wer hält das aus danach am Tag? Hä? Was ist los? Was willst du von mir? Alter Mann. Wo bin ich hier? Oh, was ist das? Ich will diese Socke mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber... So eine Socke kann nur praktisch sein. Warum habe ich diese Socke? Was kann ich damit tun? Oh, jetzt habe ich ein Glas. Ich habe die Socke gegen ein Glas getauscht. Oh, ich habe ein... Den Alkohol sollte ich vielleicht verstecken. Lass er mal auf seinen Alkohol. Ah... Chuck Denny's. Ist das sowas wie... ...Jet Daniels? Bloß in billig? Äh... Ja. Also... Die Frage ist... Ja sicher. Ich rede nicht mit dir. Wahrscheinlich laufe ich die ganze Zeit durch dieses Haus und spreche mit niemandem und bin ohnehin total creepy, aber... Das nimmt kein Mensch hier wahr. ... Kinder, wir haben ein ernstes Stromproblem. Was ist das? Ah, Durchfallmittel. Moment. Das lässt sich kombinieren. Nein, das ist eine... Das ist kein Durchfallmittel, das ist eine Glühbirne. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Was mache ich mit einer Glühbirne? Was mache ich mit einer Glühbirne? Und wo ist überhaupt dieser... Der Ort an dem ich... Das ist der zweite Kühlraum. Hier. Das sieht doch schon mehr danach aus, als könnte es ja irgendwo weitergehen. Blut verschmiert! Du bist so tot, Junge! Mann! Das wird ein Spaß! Da kriege ich... Da kriege ich... Moment. Ich kriege doch sicher über Telekinese... ...irgendeine Glühbirne kaputt, oder? Und was habe ich jetzt kaputt gemacht? Was ist das? Ja, voll unglücklich! Muss ich das mit beiden Knopfen machen? Warum funktioniert denn das nicht? Ich kriege sie nicht kaputt! Nichts daran, dass man mich sehen kann? Moment. Was haben wir hier? Einen Bleistift. Ist das hier? So. Zeig mir her. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Na, das klingt doch gut. Nenne ich seine Pläne doch ein wenig. Klavier reparieren. Ja, das steht da, auf dem Block, den du nicht lesen kannst. So, Zeit für Telekinesen. Die Flasche ist zu stabil für mich. So, ohne Werkzeuge soll er mal arbeiten. Ja, da steht da. Ich schätze, das stimmt. Ich gebe es auch. Seh doch mal nach. Sehr gut. Was soll ich denn mit der Flasche machen? Das ist das, was soll ich denn mit der Flasche machen? So, ich gebe es. Was soll ich denn mit der Flasche machen? Was soll ich denn mit der Flasche machen? Ja, ich gebe es. Ja, ich gebe es. Ah, ich kann die Flasche mit dem Schraubenschlüssel zerschlagen. Das könnte funktionieren. Was kann ich mit dem Schraubenschlüssel zerschlagen? Gott, dieser Junge hat magische Kräfte, die nichts bringen. Lass mich durch! Ja, das Klavier reparieren. Wer spricht mit mir? Rätest du mit mir? Hey, du bist scharf, aber nicht so scharf. Rät nicht so mit mir, klar? Ah. Ich komme nicht durch die Tür. Mein Zimmer aufräumen. What the fuck? Ich soll jetzt mein Zimmer aufräumen gehen? Ich kann verstehen, warum ich hier jeden umbringen will. Gott, der Mämmel. Du willst jetzt nicht mein Zimmer aufräumen. Klar, ich komme nicht mein Zimmer auf. Schau mal. Du kannst froh sein, wenn du nicht die Nächste bist. Auf meiner Liste. 50%. 50%. Habe ich noch mehr zu tun? Q. Zimmer aufgeräumt. Ich sollte was mit dem Schraubenschlüssel zerschlagen. Dann mache ich das doch jetzt vielleicht mal. Okay. Da komme ich an nichts ran. Aha. Meine Telekinese taugt einfach nichts. Vor allen Dingen gar nicht, wenn ich Telekinese drin habe. Auch keine Türen öffnen. Ich bin nämlich dann unfähig, meine Hände zu benutzen. Ich kann nur noch per Telekinese agieren. Hey. Klar, Süße. Zähne putzen. Wo soll ich meine Zähne putzen? Gibt es dafür was auf der Karte? Das ist mein Zimmer. Da oben ist irgendwo ein WC. Da muss ich... Da runter und den Flur runter. Nach links. Dann dann mal los. Zähne putzen und ins Bett. Aber ich kann es nicht tun. Doch kann ich. Kann ich sie auch benutzen? Wie benutze ich diese Zahnbürste? Ah, so. Es ist gut, sich gut zu übernehmen, wenn man der Sohn des Teufels ist. Und jetzt würde ich hier gerne irgendwas ziemlich kaputt machen. Weil dieses Kreuz würde ich gerne kaputt machen, aber ich kann halt nicht alles haben, nicht? Der Ofen ist manipulierend. Der Ofen ist manipulierend. Oh nein, ich will nicht Jean. Aber dieser Föhn da in der Steckdose, der gefällt mir. Damit lässt sich was machen. Kriege ich den dann per Tillichinese? Kriege ich dann... Ach, das Kreuz behindert meine magischen Kräfte. Wer kennt das nicht? Das ist ein ganz alltägliches Problem, dass wir alle ständig haben. Kreuze, die unsere magischen Kräfte beindern. Was anderes. Ich sollte es auf die Liste sehen. Oh ja. Ich muss das Klavier reparieren. Wie viel muss dieser Mann trinken, um das zu glauben? Aber irgendwas ist hier falsch. Okay. Ich kann den Fernseher an- und ausschalten. Das nützt mir nicht viel. Ich will was kaputt machen, aber ich werfe nicht. Ich könnte das Klavier kaputt machen. Das hätte doch was. Ja, dann würde er nicht ständig umsonst da hinrennen. Machen wir das. Gott, das ist fast schon nötig von mir. Achso, mein Vater möchte nicht, dass ich da reinkomme, denke ich. Nein, ich möchte auch nicht in den Guestroom. Ich möchte einfach nur... Nur schießt die Wand. Lass die Wand in Ruhe. Nein, die Wand ist nicht dein nächstes Opfer. Komm, wir gehen jetzt zusammen runter und machen das Klavier kaputt. Dann tun wir wenigstens was Konstruktives. Also... Du gibst mir jetzt keine Aufgabe. Du kannst ohne Werkzeug nichts ausrechnen. Die Pedale haben 12 Zoll Schrauben. Ach Gott. Moment. Das haben wir hier. Habe ich nur drei davon. Und eine Zahnbürste. Nehmen wir den hier. Das kann so nicht benutzt werden. Ein halb... Ein halb... Ah, sie haben ja... Natürlich. Bitte, geht doch. So, Kinder. Und nun? In Ordnung. Ich sollte ihn irgendwo hier locken. Das habe ich schon getan. Er wird kommen. Und jetzt brauche ich nur noch zusehen und dann meine magischen Kräfte einsetzen und alles wird gut. Oh, das wird ein Spaß. Komm schon her. Oh Gott, ich stehe direkt vor diesem Scheißkreuz. Ich muss von diesem Scheißkreuz weg. Dankeschön. Viel besser. Das wäre ja was geworden. Aber du, durchkreuzt mir meine Pläne nicht. Na, wie sieht's aus? Bisschen das Klavier reparieren, ne? Komm her. Komm zu Papa, Lucius. Fürchterlich. Warum? Notizbuch. Vielleicht kann ich jetzt ein paar von meinen neuen Fähigkeiten einsetzen. Das wollte ich doch gerade. Komm her. Na bitte, es geht doch. Sith-Kräfte. Wow. Er ist so getrunken, dass er nicht mal versucht wegzukommen. Das nenne ich eine konstruktive Gesichtsneugestaltung. Geh weg, Lucius. Geh einfach. Ja, ich sollte besser gehen. Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Hauptwerker sturzbetrunken. Sturz betrunken? Da musste das Klavier auf ihn auffallen. Ich habe es aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Ja. Schauen Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. So viele Unfälle. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Ja. Oder Kreislaufproblem. Fürchterlich. Ganz viele Unfälle. Nichts. Däuselt auf Mord hin. Wie könnt ihr es auch. Sehr schön. Aber das sehen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, freut euch drüber. Ansonsten bis dann.